Das jetzt mal auf. Neuer Akku ist ja drin. Gestern hat noch funktioniert und heute wieder. Und hier wird wieder warm. Ja das Tablet ist glaube ich im Kurzschluss. Ich habe den gestern zur Reparatur gegeben. Mann hat gesagt, ging gestern kurz und danach wieder nix. Tschau. Bis zum nächsten Mal.